Servus Leute, willkommen zu einem Video und heute pimpen wir das Auto hier auf das blaue Auto, weil, ja, weil, jetzt fahren wir erstmal rein hier, Olga, und wie ihr es schon zu dir lesen könnt, ja, Benjamin kann kein Pimper weit, der weiß nicht, wie man die Autos gestaltet, der wisst nicht, stark Geschmack sind, wie weiß ich nicht, was, ja, das ist eine Ansage, und bald kommt der District, Kappa, äh, ja, das war's, ja, also, Pimper right heißt für mich, Kühlung einbauen, nein, Pimper right heißt für mich, naja, Pimper right halt, ne, hm, was machen wir hier drauf, machen wir das hier, so, ähm, ja, Benjamin kann kein Pimper weit, der hat keinen Geschmack sind, der Typ, der, ich weiß ja nicht, und deswegen kommt diese Ansage gegen MCNF, weil ich bin's Tim, bam, äh, ja, machen wir jetzt hier das nochmal schön wieder auf Schwarz, Lackierung, muss sein, Krumm können wir immer noch nicht, weil ich bin ein volles Scheiße, ein Kau hat man letztens, wie wär's mit, rot, rot, hat, hab ich noch nie benutzt, weil ich mag rot nicht, trotzdem, trotzdem tue ich hier das drauf, weil, weiß ich nicht, es sieht alles geil aus mit grün, und deswegen nehmen wir auch grün, weil grün ist meine favorite Farbe, ah, Fahrgestell, ach so, natürlich, das Dach, was hab ich denn grün gemacht, nee, verkaufen, nein, noch nicht, ja, safe, spoiler, ja, nehmen wir direkt den, Federung brauchen wir nicht, Getriebe auch nicht, Torbücher auch nicht, Fenster, so, so, v, wieder ins Casino, und ich hab vergessen, die Reihen, aber es ist mir jetzt egal, weil, ich weiß ja nicht, ich hab was das Radio angewandt, es gibt einen Strike bestimmt, ich krieg, ich krieg ja den Strike in Benjamin Kappa, weißt du ja, machen, ich sag mir die Wahrheit, ich hab nichts gemacht, es war grün, wie ihr seht, und ja, jetzt mach ich ja immer zum Casino, oh, ey, nutzt du am Klinger, du Vollpfosten, ey, das ist ja unglaublich, ist das hier, ich weiß nicht, warum, ich hab nicht, ja, die Auftrag beendet, okay, da ist, da ist, da wollte ich schon sagen, Helikopter gerade runtergefallen, ich hab mich durch den Boot geklitscht, gerade hier, fahr mal hier lang, weg da, ey, es ist unnervig, die können alle nicht autofahren, haben die denn ihren Führungsschienen gemacht, das lag schon immer da, jetzt nicht, fangen wir gut ein, so, selber eingeparkt, so, renn, 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 schießen ich brauchte ich jetzt einfach mal zur ablenkung so ne dann gehen wir jetzt einfach mal rein in der euch gehen es natürlich das casino und da ist das mal im casino genau kohle verzocken und das auto gewinn ich weiß gar nicht wie das auto noch drin ist ich dichte es wäre noch das f1 auto drin aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher weil wir ein rentner finden ja schönes f1 auto die öffnen und treiben aber ich weiß ich bin schon ich weiß dass ich das auto nicht haben möchte 1 so alles aus der kleidung wieder und die spieler hallo es würde schon stehen alles aus der kleidung und dieses er verleitet wo man da wird alles aus der seite geduld danke nein nein schon wieder ich hätte lieber die 20k genommen okay dann gehen wir wieder dorthin golf golf da bin ich nicht dabei weil ich sehe nicht aus zu trump doch jetzt hier schon jetzt trinken und zu sagen leute das warte mal warte mal wir müssen hat er mein typ hallo der redet wenn ich rede lol das ist ja geil digga das ist ja geil danke dir dir die ich glaube ich bin ich in der Falle dazu gehört dass jeder in der lobby hat mich wieder entstummt oder so aber ich hab dich nicht also ich bin auf dem klo nein hat es nicht gegottet nein jetzt auch nicht habt ihr ja das röpschen gerade gehört ok würde ich sagen wir sind dann auch darauf auf instagram und steck für euch sagen tschau leider tschau 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 tschau